Hoi Tämme! Wisst ihr was, das Geilste an der Weihnachtszeit ist ja einfach mal, dass man mit überdimensional grossen rosa Plüsch-Eihörner ja, Einhörner, durch die Stadt laufen und alle smile einen einfach so an. Normalerweise würde ich einem einfach so anschauen, als wäre er mal beknackt oder so. Ach, aber ja. Und das zweit schönste ist, dass ich mit Coca-Cola am 10. Dezember am Weihnachtsmarkt mit dem Cola-Truck unterwegs sein würde. Und darum mache ich eigentlich ein ultra kurzes, knappes Video. Weil ich, ähm... Also ja, das ist ja schon morgen. Fuck, das ist ja schon morgen. Äh, ja, und ich bin, ob ab dem Mittag oder ab dem Eis, ab dem Eis ist es so, glaube ich, bin ich dort, ja, mit der Iris zusammen. Und sie sicher auch, vor allem ich, würde mich sehr freuen, wenn ihr, ja, auch würdet kommen, wenn ich schon mal so in der Ecke bin. Und... Also ja, bis am Abend dort, wenn dort Lichtchen angehen und so mega schön wird. Und ja, kommt doch vorbei und dann können wir ein bisschen blödeln und ja, ein bisschen drücken und dann lerne ich vielleicht wieder mal ein paar von euch kennen. Das fände ich mega cool. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommen. Bis morgen. Ciao!